Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Infected. Es gibt ein Problem. Und zwar stand ich schön an der Schmiede und wollte noch ein bisschen Eisen zusammensammeln, weil ich heute eigentlich eine ordentliche Baufolge mit euch machen wollte. Und dann stand auf einmal, sie sind gestorben. Ich vermute, es lag daran, weil mein Proteinbalken tatsächlich leer war. Der Teich war zwar wieder offen, aber ich dachte, die paar Minuten hält er noch aus, damit wir nochmal gemeinsam fischen gehen können. Ja, war wohl eine Fehlvermutung. Auf jeden Fall bin ich durch das Sterben jetzt hier unten gelandet. Ich habe nichts verloren, also mein Inventar ist trotzdem noch gut gefüllt. Deswegen werde ich mir jetzt direkt auch nochmal einen Fruchtsalat reinpfeifen. Aber da wir jetzt tatsächlich hier unten und genau in der Mitte sind, werde ich diese Chance nutzen, weil das sind nämlich genau die Spots, die uns noch auf meiner Karte fehlen, die ich hier ja am Malen bin. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal eine Runde rumrennen, werden bei jedem Spot so ein Steinchen kaputthacken und mal gucken, was wir dabei rausbekommen. Fangen wir direkt hier an. Das ist ja der Spot in der Mitte. Und da kriegen wir wahrscheinlich Kupfer. Ei. Also ein Kupferspot. Haben wir notiert. Und dann gehen wir direkt zu dem am weitesten weg. Ja, gehen wir hier hin, da hin, da hin, da hin, oder so, 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 ich weiß noch nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal da hin. Das ist da lang. Ja, es ist herrliches Wetter. Es regnet wie Sau. Jetzt gucke ich mir doch die Stats nochmal an. Ich hau mir noch so eine Dose rein. Können wir alles gebrauchen. Und Kohlenhydrate haben wir genug. Das brauchen wir jetzt nicht. Habe ich ein bisschen Wasser dabei. Ja, auch ein bisschen. Gut, dann soll das erstmal genügen. Und dann laufen wir mal. Ja, so ein bisschen was zu erzählen habe ich auch. Vorbereitungstechnisch wollte ich heute auf jeden Fall einige Dinge anzeichnen. Wie zum Beispiel die Batterie. Einmal um auszuprobieren, weil die heißt ja Solarbatterie. Ob man die auch nutzen kann, um einfach, da müssen wir lang, um einfach auch den Strom aus der Windturbine schon mal zu speichern. Weil wir haben das Ding ja. Also warum sollten wir es nicht schon mal speichern. Dann würde ich gerne den Kühlschrank bauen. Ja, den können wir noch nicht benutzen. Aber ich will ihn auf jeden Fall mal anzeichnen. Und mal gucken wie groß der ist und so weiter. Und dann habe ich in den Kommis noch ein paar Hinweise bekommen, dass ich mehr Trockengestelle aufstellen sollte. Und dem Hinweis werde ich auch definitiv nachkommen. Der Beweis dafür, dass es nötig ist, ist ja jetzt gerade gekommen. Also Protein war echt knapp diesen Monat. Beziehungsweise diesen Winter. Oh, das ist ein Wolfi. Habe ich hier Pfeile. Headshot. Ach, wie schön. Ich bin gespannt, wann sie das erledigen. Dass das nicht mehr so einfach geht. Wie viele Pfeile hat er noch? Noch zwei Stück. Gut. Nochmal gucken, ob wir auf Kurs sind. Die Dame ist auch lang. Genau. Also noch ein paar Trockengestelle. Und die werde ich auch aufs Dach stellen. Weil da habe ich den Hinweis auch bekommen, dass man die nicht zwangsläufig ans Lagerfeuer stellen muss. Und auch nicht überdacht. Das ist also sehr, sehr gut. Die kommen oben aufs Dach zu den Windturbinen. Dann würde ich gerne noch anzeichnen Ölsauger, Mischer und Kohleofen. Kohleofen für den nächsten Winter. Und die anderen beiden Sachen auch. Einfach um zu gucken, was wir dafür noch so brauchen, dass wir ein paar Matts loswerden. Weil ich habe jetzt schon das Problem, das Kupferregal ist pickepacke voll. Und wie ihr sehen könnt, ich habe schon einen Kupferbarren wieder in der Tasche. Ja, das war halt einfach die Matts direkt raushauen. Ich will jetzt auch nicht 20 Regale da aufstellen. Sehe ich keinen wirklichen Sinn. Irgendwie komme ich immer vom Kurs ab. So, jetzt passt es aber. Da wollen wir hin. Spitzhacke nehmbar. Da ist er auch schon, der Spot. Wenn ich tippen müsste, würde ich jetzt sagen Kobalt. Schauen wir mal, ob ich recht habe. Guck mal. Wie konnte ich das jetzt nur wissen? Keine Ahnung, ich habe es geraten. Sonst wäre dann er hier. Zack. Da werde ich jetzt einen Schnitt machen und hole euch gleich wieder dazu. So, meine Lieben. Ich hole euch wieder dazu. Wir sind hier unten angekommen bei diesem Spot. Schauen wir mal. Jetzt haben wir Kupfer und Kobalt gehabt. Dann wäre ja jetzt mal wieder Zeit für Aluminium. Sieht gut aus. Da ist er. Aluminium, Erz. Sehr schön. Dann schreiben wir das auch direkt auf. Wie weit ist es zum nächsten? Das wäre der hier. Oh, das ist auch nochmal ein gutes Stück. Aber das laufen wir jetzt trotzdem mal zusammen. Richtung passt. Weil euch die ganze Zeit rausschneiden, finde ich dann auch irgendwie doof. Und außerdem gab es vor zwei Tagen einen neuen Hotfix. Und zwar sind da einige Dinge bei der Wassermelone wohl schief gelaufen in der Vergangenheit. Die sollen jetzt wohl repariert worden sein. Also solche Sachen, dass die Wassermelone beim Waffenwechsel irgendwie rumgesponnen hat und beim Hüpfen rumgesponnen hat. Das sollte jetzt alles weg sein. Dann beim Bewegen der Windturbinen. Da gab es wohl auch irgendwie einen Bug, dass die, diese, diese, wie heißen sie, diese Flügel oder Rotorblätter glaube ich. Rotorblätter ist der richtige Ausdruck dafür. Die waren irgendwie durchsichtig oder so. Das haben sie jetzt auch behoben. Dann war es so, dass wenn man Essen in den Mineralien-Extraktor reingepackt hat, dass dann wohl irgendwie der Verderbungs-Timer zurück beziehungsweise nicht weitergelaufen ist. Das ist auch behoben worden. Ja und dann die Geschichte mit dem Eis. Wobei da bin ich jetzt gerade echt noch überlegen, habe ich euch das in der letzten Folge schon erzählt? Kann gut sein. Glaube, genau, das habe ich euch glaube ich in der letzten Folge schon erzählt, wenn man oben auf dem Teich, wenn er gefroren ist, auslockt, dass man dann unter dem Eis gelandet ist. Und dann gab es wohl noch einen Bug, den ich ganz lustig finde. Und zwar habe ich ja jetzt hier auch das Helmlicht. Ich habe aber auch den Helm. Und irgendwie, wenn man nachher umgestellt ist auf die Baseballkappe, ging das dann trotzdem, dass man Licht an und aus machen konnte, was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Das ist aber jetzt wohl auch behoben. So, dann gucken wir mal. Normalerweise müssten wir hinter dem Hügel unser Ziel erreicht haben. Und ja, dann schauen wir uns das nochmal an. Und ich denke, die restlichen Laufwege werde ich dann tatsächlich nochmal rauskatten, dass wir auch ein bisschen Zeit haben, um... Oh, eine Gurke, die nehmen wir mit. Dass wir noch ein bisschen Zeit haben, zu Hause auch was zu bauen. Eigentlich hätte ich die Alubrocken noch mitnehmen müssen. Naja, ist jetzt zu spät. Vielleicht finden wir ja noch einen Aluspot. Erfahrungsgemäß gibt es da wahrscheinlich noch einen zweiten von. So, da sind wir. Ja, Kobalt, Alu haben wir jetzt beides gehabt. Ich denke mal, dass das hier nochmal ein Kobalt-Spot sein wird. Aber wir werden es gleich sehen. Da ist ein Brocken. brauchen wir. Das ist nur doof, dass ich jetzt das ganze Inventar schon wieder voll habe. Ach, ich dachte gerade, das steppt. Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Wir trennen uns von meinen Steinfeilen und schmeißen die schon mal rüber. Das ändert normalerweise nichts am Gewicht. Dann schmeiße ich die ganzen Steine und Samen alle raus. Brauchen wir auch alles nicht. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Und dann gucken wir mal, ach guck mal hier, den Sand kann ich mich auch von trennen. Davon auch, weg damit. Davon brauchen wir auch nichts, haben wir auch mehr als genug. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Fette kann ich nicht mit dienen. Bisschen Fett. Bisschen hiervon, bisschen davon. Das hier noch hinterher. Jo, Protein. Ne, das ist noch roh, das essen wir nicht. Kohlenhydrate sind voll. Ne, das lassen wir. Gut, dann hacke ich hier jetzt noch die Steinchen weg, dass wir ein bisschen Alu bekommen. Das machen wir zusammen. Und dann schneide ich uns rüber zum letzten Spot und dann direkt nach Hause. Dann machen wir einen ganz, ganz schnellen. Hier haben wir nochmal einen Alubrocken. Hier vorne ist noch einer. Spitzhacke sollte reichen. Oh doch, da sind aber noch ein paar. Schön. Alu können wir gut gebrauchen. Dann kriegen wir vielleicht noch eine zweite Windturbine fertig und den ganzen anderen Krempel, den ich noch anzeichnen wollte. Das sieht aus wie ein... Ne, ist kein Lebrow. Und was wir auch machen können, wir könnten auf dem Rückweg nochmal Ratze Putz am Extraktor mit dem Alu vorbeiflitzen, weil da dürfte auch schon wieder reichlich drin sein. Das war das Mitnehmen. Und das erste, was wir dann machen, ist angeln. Das war die beiden Trockengestelle, die wir haben. Einmal auffüllen, dass ich mein Protein Mangel in den Griff bekommen. So, haben wir alle. Da ist noch einer, wobei der ist auch schon im Grün. Ne, das war's. Gut, dann geht's weiter da lang. Sehr gut, dann bis gleich. So, meine Lieben, wir folgen hier schon die ganze Zeit dieser Art Weg oder Straße oder was das ist. Und jetzt sind wir auch schon angekommen. Oh, hier gibt's nicht so viele Brocken. Zwei Stück. Na, ich bin gespannt, was wir da rausbekommen. Wenn's nochmal Alu ist, das würde ich natürlich jetzt feiern, aber es sieht nach Kobalt aus. Ja, alles andere hätte auch keinen Sinn ergeben. So, dann schreiben wir das Fix auf und dann würde ich sagen, bis gleich. So, ich hol euch jetzt nochmal dazu, weil hier gibt's was, was ich testen möchte. Hier wäre jetzt der Weg, wo ich über den See rüberhüpfe und da vorne habe ich eben schon in der Ferne einen Wemby gesehen. Und jetzt will ich mal testen, ob der Jute uns auch ins Wasser folgt oder ob er dann am Ufer stehen bleibt. Wo ist er denn? Ich sehe einen Fisch. Ach, man kann nicht auftauchen und gleichzeitig nach vorne gucken. Das ist ja ärgerlich. Der Fisch verfolgt mich, aber der Wemby nicht so, wie es aussieht. Gehen wir mal an Land, gucken wir nochmal schnell rüber über den Teich. Wann sehen? Da vorne rennt er rum. Ne, der interessiert sich nicht mehr für uns. Geile Nummer. Jetzt bin ich nur dummerweise ans falsche Ufer geschwommen, aber ist nicht schlimm. Dann schwimmen wir hier vorne nochmal rüber. Geht ja auch. Zack. So, perfekt. Ja, dann bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir haben das Ziel erreicht. Es wird auch schon dunkel, also genau pünktlich. Cool, Bretter haben wir reichlich. Das gefällt mir. Hier ging es jetzt nicht weiter. Vermutlich kein Wasser drin. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier bei und schmelzen mal das ganze Alu ein. Das machen wir schnell zusammen. Bisschen Kohle kann ich nochmal rausholen hier. Eins. Ach so. Eins, zwei, drei. So, dass wir das auch in Gang setzen können, das ganze Spiel. Und neun. Und dann geht es hier weiter. Ich setze hier tatsächlich auch noch den Eisenbarren mit rein. Kohle rein. Feuer rein. Und dann geht es hier weiter. Zweimal Alu. Kohle. Und Feuer. So, das läuft. Dann einmal Ratze putzt. Das Trocknungsgestell. Sind die leer? Die will ich jetzt aufs Dach packen. Die beiden. Keine. Kann ich nicht hier oben draufstellen. Leider Gottes. Gehen also nur auf den Boden, so wie es aussieht. Ja. Die müssen also nicht unter das Dach und auch nicht neben das Feuer. Da habe ich das falsch verstanden. Aber sie müssen definitiv auf den normalen Boden drauf. So, dann hängen wir hier schon mal. Ach so, falsche Etage hier. Das Ding will ich haben. Gätze. Ein Fleisch hängen wir dran. Da habe ich sauberes Wasser. Jawohl. Machen wir hier auch direkt einen rein. Gehe ich nochmal schnell zum Teich. Schmeiß den Kocher auch einmal an. Dass wir hier nochmal Wasser rein bekommen. Ja, Pflanzen muss ich noch einmal manuell gießen. Dann stelle ich sie wieder raus, glaube ich. Schmutziges Wasser. Los geht's. Ach so, Kohle muss ich gleich noch besorgen. Machen wir auch. Wobei, was mir dabei gerade einfällt. Ich brauche dafür gar nicht reinrennen. Hier müsste was drin sein. Jawollo. Dann schmeißen wir hier mal den Kohlerofen in den Gang. Zack. Gießen wir mal fix die Blumen, dass das auch erledigt ist. Während wir hier unseren Krempel nebenher ziehen. Einmal noch. Guck mal. Da es regnet, probieren wir doch gleich mal hier diese Wasserwanne aus. Wie geht denn das? So. Schmutziges Wasser. Bump. Das hat geklappt. Und bist du wieder voll? Weiß ich nicht. Müssen wir mal beobachten. Eins. Und zwei. So, jetzt sollte das funktionieren. Ich gehe direkt nochmal schmutziges aufladen. Ja, füllt sich gleich wieder auf. Sehr coole Nummer. Finde ich gut. Dann wollte ich einmal die beiden hier auf den Boden werfen. Einmal auf Ernten drücken. Zack. Eins, zwei und eine Dose herstellen. Und eins, zwei und eine Dose herstellen. Nochmal auf Ernten drücken. Was will er? Protein. Mist. Kann ich jetzt natürlich auf der Stelle nicht mit dienen. Das rüber. Knochen kommen hier rein. Wo habe ich denn das Teigzeug? Hier, oder? Oder da? Da ist es. Den, die Seile kann ich noch unterbringen. So. Die beiden Eisenbarren kann ich auch noch ausladen. Dann dürften wir hier wieder fertig sein. Jawohl, das sieht gut aus. Einmal Alu raus. Einmal Alu rein. Ups. Wiederholen wir den Vorgang. Zack. Nochmal Alu raus. Einmal Kobalt rein. Eisen raus. Nochmal Kobalt. Was soll das? Wir haben ja genug. Kobalt, was haben wir hier noch? Kupfer. Das ist erledigt. Hier geht jetzt einiges. Sehr schön. Dosen, den Sand könnte ich nochmal loswerden. Mal gucken, wo wir den haben. Ich glaube hier. Jawohl, das sieht für den Moment erstmal ganz gut aus. Alles gut. Ne, das kann so bleiben. Das dauert und dauert und dauert. Die Ziegel sind fertig. Das heißt, wir können gleich noch ein paar Upgrades machen. Hier ist fast voll. Das ist in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, schlafen wir jetzt einmal fix. Energievoll um sieben Uhr wollen wir haben. Und dann gehen wir mal angeln. Ja, sieben Uhr wird ein bisschen eng. Bitte sei es schon durchgetrocknet. Natürlich nicht. Gut, ist wie es ist. Aber ich denke, unser Gemüse wird fertig sein. Auch nicht. Nope. Ne, pass auf. Dann gehen wir jetzt erstmal angeln. Platz haben wir. Und sehen sollten wir auch genug. Pix, E, Pix, E, Pix, E. Oh, ist das cool so. Das geht echt schnell. Ne, wenn man die Jungs denn erwischt. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel eingesammelt hier. Ist egal. So, den nehmen wir noch. Und dann geht es raus. Wenn ich einen Krieger kriege. Schlinge, wo bist du hin? Da. Jedes Mal, wenn ich sage, das ist jetzt der letzte, brauche ich zehnmal so lange wie für alle anderen. Wo habe ich jetzt den Fisch hingepfeffert? Ins Inventar natürlich. Ja, dann machen wir jetzt erstmal dieses Trocknungsgestell hier fertig. Schmeißen wir alle raus. Ernten, ernten. Ernten, wir müssten ja reichlich Platz haben. Sieht gut aus. Das Problem ist jetzt tatsächlich mit dem Protein. Dass ich die geregelt bekomme. Aber ich glaube, da bleibt sogar noch ein bisschen was übrig, was wir gleich kriegen können. Ich glaube, das ging nämlich schneller. Ne, so müssen wir es machen. Ein, zwei und drei. Und dann hauen wir hier auch nochmal vier Stück drauf. Passt genau, sehr schön. Und dann sollten wir unseren Proteinhaushalt relativ zügig geregelt bekommen. Fette kriegen wir dadurch auch hoch. Vitamine kriegen wir gleich drin. Das passt, sehr schön. Ist immer noch nicht so weit. Schade eigentlich. Ja, jetzt habe ich die Metalle alle weggearbeitet. Dann machen wir jetzt hier weiter. Ziehen wir das noch durch. Und dann fangen wir an mit anzeichnen. Sobald wir gleich... Doch, ich will auf jeden Fall nochmal irgendwas Proteinmäßiges essen. Sonst bin ich gleich wieder tot. Weil wenn ich erstmal anfange anzuzeichnen, denke ich schon wieder nicht ans Essen. Und ich habe keinen Bock jetzt gleich wieder tot umzufallen. Das macht keinen Spaß. Vor allem, wenn man so weit laufen muss dann immer. Aber ich darf echt noch nicht ernten. Das ist mies. Wie sieht es hier aus? Ach, guckt mal. Gekochter Fisch. Kann ich das so rüberholen? Ne, muss ich manuell machen. Schön, dass das so schnell geht hier mit dem Fisch. Essen, Essen, Essen. Einmal noch Kohlenhydrate hinterher. Und nochmal. Eine Gurke noch. Gut, jetzt fehlt ein bisschen Fett. Ist aber nicht so schnüppig. Okay. So, dann fangen wir mal an mit dem Anzeichnen. Als erstes möchte ich Strom die Batterie anzeichnen. Die kommt hier hin. Das wollten wir ja wirklich einmal testen. Inwieweit das funktioniert, dass die sich aufleben. Was brauchen wir dafür? Eisenbarren, Alubarren, Kupferbarren, Elektrikteile. Ich glaube, Elektrikteile ist tatsächlich das, wo es dran hapert. Jawohl. So, das wäre das. Dann wollen wir auch einmal Trockengestelle platzieren. Stelle ich jetzt auch erstmal willkürlich hier irgendwo auf Seite. Da brauchen wir, glaube ich, nur Stöcker für. Zwei habe ich. Noch drei macht fünf. Da sollten wir auf jeden Fall mit auskommen. Stock, Seil und Eisenbarren. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. So, dann geht es weiter. Den Kühlschrank hätte ich gerne noch aufgestellt. Der ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Das ist gut. Dann macht es ja Sinn, den irgendwie hier hinzustellen. Zack. Und dann hätte ich gerne noch den Kohleofen. Der muss auch nach drinnen. Wo bist denn du? Hier. Der soll uns nämlich im Winter warm halten. Ich stelle ihn jetzt mal hier mitten rein. Können wir ja nachher umbauen. Und jetzt wird es richtig interessant. Den Ölsauger. Der muss nach draußen. Habe ich natürlich jetzt auch wieder alle Slots voll gemacht. Stellen wir erstmal hier hin. Und ich glaube, dann sind wir auch schon beim letzten angekommen. Und zwar den Mischer. Stellen wir direkt da nicht. So, dann gucken wir. Für den Mischer brauchen wir Elektrikteile, Mechanikteile. Haben wir aktuell nicht. Eisenbarren, Kobalt, Aluminium und Mechanikteile. Können wir auch aktuell abhaken. Dann hole ich Stock, Seile und Eisenbarren drei Stück. Das war die Trocknungsgestelle. Ne, hier waren die Seile. Zack. Ich glaube, es waren nur die drei. Und Stöcker. Nehme ich mal alles mit, was wir haben. Den Rest werde ich wohl noch sammeln müssen. Zwei Seile. Okay. Reichen die Seile nicht, die ich habe? Drei Seile brauchen wir noch. Das kriegen wir hin. Eins, zwei, drei. Und dann fehlen noch Stöcker. So, dann können wir uns da noch drum kümmern, dass wir den gleich auffüllen. Die beiden haben wir festgestellt, geht noch nicht. Hier brauchen wir nur zehn Eisenbarren. Elektrikteile. Zehn Eisenbarren. Ich habe zwei. Wir können ernten. Oder auch noch nicht. Ne, hier hinten können wir ernten. Dann machen wir das. Stellen die nach draußen. Kann ich auch einfach hier auf die Veranda stellen. Einmal. Und zweimal. Das waren jetzt Mais und Gurken. Zwei. Gurke. Wasser muss wieder rein. Und Mais. Schmutziges Wasser einmal. Schmutziges Wasser zweimal. Sehr gut. Haben wir auch. Ja, die brauchen noch. Zehn Eisenbarren. Das ist natürlich eine Menge. So, dann machen wir hier nochmal. Neue Rutsche. Wir brauchen so viel Eisen. So viele Steine kann ich. Da brauche ich ja Jahre, bis ich das hier über die Steine verarbeitet habe. Und den letzten. Zack. Eins, zwei. Dann gehen wir mal raus und machen den Extraktor nochmal leer. Der war nämlich auch schon wieder fast voll hier. Oder ist schon wieder voll. Da müsste es so eine Art Take All oder Übertrage Alles-Taste. Das wäre super. Wenn es die gäbe, hätte ich nichts gegen einzuwenden. Sprit haben wir auf jeden Fall genug drin. Das passt schon mal. Ne, Rad. Jawohl. Wobei, da sind noch Slotties frei. Dann. Achso. Gut. Hilft uns jetzt nicht weiter. Und Kupfer lasse ich tatsächlich erstmal da drin. Das brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. Kupfer rüber. Ja, hilft nicht. Packe ich die beiden auch erstmal rüber. Bringt ja nichts, wenn ich die jetzt die nächsten zwei Jahre hier noch rumtrage. Die will ich haben. Kriege ich aktuell aber nicht. Vitamine. Ich hole nochmal eine Rutsche schmutziges Wasser. Und noch ein paar Fische. Dann können wir das nächste Trocknungsgestell nochmal voll machen. Ups, zurück. Zack. Ähm, zack. Eins. Zwei. Drei. Vier. Den noch. Und dann ist Feierabend. Sehr gut. So, und damit sollten wir dann tatsächlich unsere Nahrungsprobleme ein für alle Mal gelöst haben. Guck mal, den können wir auch gebrauchen. Und den sowieso. Zwei Stöckchen fehlen noch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Passt, sehr cool. Ach, Wembi. Und er haut schon irgendwo gegen. Ist egal. Ich mache jetzt hier erstmal fertig. Und dann gehe ich mir holen. Da drüben bist du. Gucken, komme ich da von hier so ran. Hä? Da bin mir sicher. Ich hätte dich da... Da bist du. Hedgehogs. Ich weiß nicht, ob die hier eine vergrößerte Hitbox haben. Oder ob ich so ein guter Schütze bin. Schwer zu sagen. Ähm, genau. Das hatten wir jetzt geregelt. Ist das ein normaler Pfeil? Steinpfeile. Ach, die wollten wir doch nicht. Die kann ich nicht damit reinstecken, ne? Ne, komm, schmeißen wir weg. Ähm. Rohrfisch hier hinten. Ach, guck mal. Getrocknetes Fleisch können wir uns schon mal holen. Der Fisch ist noch nicht so weit. Ja, dann braten wir uns noch was für den Übergang hier. Kann man ja nie genug haben, ne? So. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Wird diese Melone jetzt noch fertig? Nein, wird sie nicht. Aber Eisen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Fünf. Noch ein Eisenbarren. Ja, das läuft ja schon mal gut hier. Sie ist immer noch nicht fertig. Das ist echt frech. Ähm. Ja. Diesen Trocknungsständer, den brauche ich im Prinzip überhaupt nicht mehr. Weil, äh. Ja. Ich mache das mit Kohle. Hier habe ich gar nicht geguckt. Auch Elektrikteile. Was brauchten wir denn? Ich glaube, da brauchen wir die verbesserte Werkbank für, ne? Sonst kommen wir da nicht weiter. Verbesserte Werkbank. Und die kann ich noch nicht. Wo bist du? Da. Gut. Also. Es hilft alles nicht. Wir werden in der nächsten Folge einen Ausflug hier unten hin machen. Wir brauchen die anderen Blueprints. Es hilft nicht. Wir kommen nicht drum rum. Können wir machen, was wir wollen. Ich hätte jetzt nur ganz gerne hier noch die Nummer geerntet. Andererseits habt ihr das schon oft genug gesehen. Komm, wir machen jetzt die Trocknungssiegel. Zwei. Wie viel brauchen wir? Steinspitzhacke gegen den Hammer. Zack. Da braucht man Zement für, ne? Zehn Stück. Wie viel habe ich? Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Bombs. Haben wir das auch. Tauschen wir den wieder aus. Und jetzt gucke ich noch ein letztes Mal nach der eulen Melone. Dass wir noch ein paar Dosen zaubern können. Sie ist mir nicht gegönnt. Ist auch kein Wasser mehr drin. Kein Wunder. Dass es hier nicht weiter geht. Da hätte ich auch mal früher drüber nachdenken können. Naja, ist wie es ist. So. Perfekt. Aber sie wird trotzdem jetzt nicht fertig. Was fehlte uns hier jetzt noch? Noch acht Alubarren und zwei Eisenbarren. Und ein Kobalt. Dass wir noch eine zweite Windturbine haben. Macht im Moment keinen Sinn. Weil wir kriegen die anderen Teile nicht fertiggestellt. Und die Batterie haben wir auch nicht fertig. Ach guck mal. Hier steht sogar was was braucht. Wir kriegen 20 rein. Dann hätten wir zumindest schon mal genug für den Mischer. Ja komm. Dann machen wir das doch. Hiervon braucht man dann noch welche. Und einen davon glaube ich. So. Pass auf. Einen Alubarren noch. Den Rest kann ich wieder wegschmeißen. Ist nicht wahr. Fehlt jetzt echt einen Alubarren. Jawohl. Nein. Die Melone ist uns nicht vergönnt. Gut. Alles klar. Ihr habt es ja oft genug gesehen. Dann werde ich das jetzt auch offscreen machen. Ich werde offscreen jetzt auch noch mal zum anderen Mineraienextraktor rüber rennen. Und werde dort. Wie heißt es so schön. Die Alubarren noch wegholen. Beziehungsweise die Aluerze die wir da brauchen. Ist das ein Wembi? Ne ist ein Baumstamm. Die anderen Aluerze. Das werde ich alles noch besorgen. Und dann würde ich sagen. Schneide ich uns für die nächste Folge direkt hier unten hin. Dass wir uns das Dorf holen können. Die Kiste nehme ich natürlich auch wieder. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.